Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial bzw. Learning by Doing, wie ich es in diesem Fall eher nennen möchte, weil es jetzt nicht ganz systematisch sein wird. Es geht darum, dass wir herausfinden, wie wir den Intercity-Steuerwagen mit anderen Loks fahren können als mit der Baurei 101. Hinten dran haben wir nämlich vier verschiedene Lokomotiven jetzt mal rangehängt. Wir sehen einmal die Baurei 193, den Vectron, daneben steht die Baurei 218, daneben die ÖBB 1116 und daneben die Baurei 111. Wir probieren mal mit jeder einzelnen Lok jeweils zu fahren bzw. eben vom Steuerwagen auszufahren. Ich habe mir die Verbände vorher im Zugverbanddesigner einmal selbst zusammengestellt. Das geht ganz einfach, das funktioniert problemlos und das Ganze dann hier einfach hingespawnt mit dem Steuerwagen und wir versuchen jetzt einfach mal jeweils herauszufinden, wie wir mit den verschiedenen Loks losfahren können. Dementsprechend fangen wir mal an und fangen mit der Baurei 111 an. Wir öffnen natürlich hier erstmal den Führerstand bzw. die Tür und gehen mal in die Baurei 111 hinein. Gehen mal in den Führerstand 1. Ich glaube, das Repaint müsste von Cat Gaming übrigens sein. Das habe ich bisher so auch noch nicht gezeigt. Und dann gucken wir mal, dass der ZWS-Schalter, genau, der Mehrfachtraktionssystem-Auswahlschalter ist auf ZWS gestellt. Das müsste also eigentlich schon passen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das heißt also, hier müssen wir eigentlich gar nichts mehr großartig einstellen. Also, wenn ihr euch das Ganze hinspawnt, dann müsste das eigentlich alles schon in Ordnung gehen. Türen. Ja gut, können wir jetzt nicht ändern. Okay, gut. Wir versuchen es einfach. Das müsste also eigentlich bereits schon funktionieren. Wir testen das. Seht das, genau, seht das eher so als so eine Art Testversuch. Kleiner Testballon. Tür zu. Rein in den Führerstand. Und dann rüsten wir einmal ganz kurz auf. PZB lassen wir jetzt in diesem Fall aus. Also, wir verzichten mal auf die Zugdateneingabe. Weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt großartig fahren, sondern einfach nur gucken, ob es überhaupt funktioniert. Den Bremsschlüssel auf Entriegelt. Führerbremsventil lösen wir. Das passt auch soweit. Batterie, Ladegerät leuchtet nicht. Das heißt also, die Zugsammelschiene ist auch schon an. Andererseits sehen wir hier, wir haben keine Motor- und Fahrradspannung. Also, die Sache ist die, der Intercity-Steuerwagen ist noch nicht 100% ausgelegt auf alle anderen Loks, mit denen man theoretisch den Steuerwagen fahren könnte. In einem späteren Update wird es auf jeden Fall mit der 2.18 die richtige Kompatibilität noch nachgeliefert, dass man die Türen auch gescheit öffnen kann. Und bei der 1.11 weiß ich es gar nicht so genau. Und mit der 1.10 könnten wir es eigentlich auch ausprobieren. Jetzt habe ich vergessen, die 1.10 mit reinzunehmen. Egal, wir bleiben bei der 1.11. Und gucken einfach mal, ob das soweit funktioniert. Wir werden natürlich auch noch die, nicht die Batterie, sondern die Spitzensignale einschalten, so wie es sich gehört. Und gucken, dass wir fahren können. Genau. Wir versuchen es und wir sehen, es funktioniert. Ja, das funktioniert problemlos. Hervorragend. Dann bremsen wir auch rein, bevor wir jetzt das Hals zeigende Signal überfahren. Den Zwerg. Das klappt also ohne Probleme. Dann machen wir hier die Tür wieder auf. Achso, wir müssen sie freigeben, sonst können wir natürlich hier nicht raus. Rechte Türen, Ferriot. Die rechten Türen bitte entriegeln. Okay, ich habe, glaube ich, die Türsteuerung ein bisschen überfordert. So. Genau, jetzt klappt es. Die Tür, kriegen wir die Tür an sich auf. Ja, auch die Tür kriegen wir auf. Sehr gut. So, also wir sehen, Baureihe 111, check. Dann kommen wir zu unserer nächsten Lok, der Baureihe 1116, der österreichischen Bundesbahnen. So. Dann laufen wir jetzt auch ein bisschen schneller. Huch, das hat nicht geklappt. So. Einmal eingestiegen und geguckt, ob wir hier irgendwie was entsprechend einstellen können. Aber ich glaube, wir haben hier gar keinen, haben wir überhaupt einen ZWS-Schalter? Schauen wir mal. Spitzensignale brauchen wir nicht einzustellen. Aber theoretisch müsste es ja sowas wie so ein ZWS-Schalter auch geben, weil die Lok wird ja auch vom Railjet-Steuerwagen ja auch gezogen. Beziehungsweise kontrolliert. Aber ich sehe hier gerade keinen Schalter, den wir theoretisch betätigen könnten. Wir gucken mal im Maschinenraum, ob es hier irgendwas gibt. Ah, schaut an. ZWS-Ferngesteuert Modus 0. Wir gehen mal hier auf ZWS-Ferngesteuert Modus ZWS. WTB, das ist die Türsteuerung, meine ich. Oder? Die Fernsteuerung. Sifa, Nachbremswirkung, Bremse. Okay, wir versuchen es einfach mal. Also das hier einmal auf ZWS umgestellt und gucken, ob das funktioniert. Einmal die Tür wieder auf. Und Tür zu. Hier kann man übrigens auch noch diesen Kasten öffnen. Das finde ich ganz cool. Brauchen wir aber nicht. So, dann. Auch hier müssen wir dann im Führerschnitt selbst nicht mehr groß was machen. Außer die Bremsen freigrägen. Gucken, dass sich die Hauptluftleitung füllt. Und wir versuchen es einfach mal. Wir sehen, wir haben Leistung. Jawohl, wir fahren. Ja, das passt so weit. Auch hier wird es leider nicht angezeigt, der Oberstrom. Aber wir bremsen mal rein. Ich will mal kurz eine Sache austesten. Und zwar, ob wir auch tatsächlich die Lok bedienen können hinsichtlich Hauptschalter und Stromabnehmer. Ja, das klingt gut. Stromabnehmer senken. Gekleppt das? Jawohl, funktioniert auch. Hervorragend. Genauso muss das. Und jetzt frage ich mich, ob vielleicht die Motor- und Fahrradspannung angezeigt wird, wenn wir jetzt den Stromabnehmer gleich heben. Und den Hauptschalter rein. Ja. Leider nicht. Vielleicht wenn wir die Zug-Sammelschiene einschalten. Auch nicht. Okay, es wird also nicht angezeigt. Aber auch das funktioniert. Dann geben wir noch die Türen kurz frei. Jetzt wurden die Türen verriegelt. Jetzt müssen wir eben kurz fünf Sekunden warten, bevor wir was machen können mit den Türen. Und können sie jetzt dann entriegeln. Komm schon. Nein, du sollst nicht schließen. Du sollst öffnen. Ist ja schlimmer als diese ganzen Galeria-Karstadt-Kaufhäuser ständig am schließen. So, rechte Türen freigegeben. So, hervorragend. Nächster Test. Die Baureihe. Entschuldigt. 2,18. Sehr schön. Street Paint übrigens gefällt mir sehr gut. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwas groß einstellen können. Das ist der Gangschleuderschutz. Mehrfach Traktionssystem. Auswahlschalter ist auf ZWS gestellt. Das heißt also, auch das dürfte soweit funktionieren. Ich bin gespannt, ob das auch wirklich so ist. Schalten wir noch die Zugheizung. Die sollten wir vielleicht noch anschalten. Dazu habe ich den, glaube ich, auf neutral gesteckt. So. Okay. Haben wir den Sitz weggeklappt. Die Tür wieder zu. Die Tür auf. Raus hier. Und wir probieren es. So. Tür wieder zu. Türen sind zu. Fahrtrichtungswender nach vorne. Die Bremsen gelöst. Direkte Bremse ist gelöst. Licht machen wir uns noch gerne an. Und wir probieren es aus. Ja, das sieht doch gut aus. Jawohl. Das funktioniert, Leute. Ups. Da haben wir einen. Ui. Okay. Okay. Das war natürlich jetzt schlecht geplant. So. Da sind wir wieder. Und zwar mit der Borei 193. Die hat jetzt noch gefehlt. Also, sorry für, dass ich den Zwerg dort komplett übersehen habe. Aber wir probieren es jetzt auch mal mit der Borei 193 aus. Auch hier müssen wir, glaube ich, nicht groß was einstellen. Wir steigen mal ein in Führungsstand 1. Genau. Wir können nämlich, glaube ich, keine Mehrfachtraktionen in diesem Sinne auswählen. Auswählen bzw. die Wendezugsteuerung bedienen. Ja. Genau. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal hier raus. Auch wirklich wundervolles Repaint, by the way. Kann ich sehr empfehlen aus dem Creators Club. Toll gemacht. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es geht darum herauszufinden, ob wir mit dem Steuerwagen fahren können. Die Türen schließen wir wieder. Wir steigen ein. Und Licht noch einmal ausgewählt. Jawohl. Und versuchen loszufahren. Auch das sieht sehr gut aus. Jawohl. Sehr, sehr schön. Zug Sammelschienen ist aus. Können wir die noch anmachen? Ja, guck mal, das funktioniert sogar. Habt ihr das gesehen? Der Leuchtmelder ist ausgegangen. Ob das in Realität überhaupt zulässig ist mit dem Vectron und dem Intercity-Steuerwagen, weiß ich nicht. Aber es geht ja nur darum herauszufinden, ob das im Simulator soweit klappt. Und ich sage euch, es klappt. So, jetzt funktioniert das mit den Türen wieder nicht. Ja, mach mal. So, jetzt haben wir die Türen frei. Oh, komm schon. Schließvorgang eingeleitet. Okay, warten noch kurz einen Augenblick. Okay, jetzt. So, genau, es klappt. Ja, genau. Und mit diesem Bild verlasse ich euch und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben also herausgefunden, wir können tatsächlich mit all diesen Loks den Steuerwagen steuern. Beziehungsweise andersrum, wir können mit dem Steuerwagen all diese Loks steuern. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht das gut. Tschüss und auf Wiedersehen.